Dzień dobry Polen und willkommen in deinem nationalen Fanstyle. Du kannst diesen Style immer tragen, ganz egal welche Mannschaft, Hauptsache sie spielt national. Das war's auch schon. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib es mir einfach in den Kommentaren rein. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, natürlich mega freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben da lässt und das Tutorial auch teilst. So, Kuss noch, einen ganz dicken Kuss. Bye!